Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Fenixock. Wir spielen Morphe's Lory Morphe. Das wird ein kleines Kurzlettsplay. Ist jetzt auch schon Take 3, ich kann den Text bald auswendig. Das habe ich für 2 Euro mehr gekauft. Und ja, das war halt runtergesetzt. Ich glaube 12 kostet es normalerweise. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich muss sagen, ich hätte mir das Tutorial kurz angespielt. Wir erstellen einfach mal ein Offline-Spiel gegen die KI. Hoffentlich nicht zu schwer. So, das Ganze ist auf Spiel und Spaß ausgelegt. Also wenig aufs Töten, einfach ballern und lustig. Also ihr seht auch gleich, das ist so dem, ich nenne es immer dem Toten Sonnenberg gehalten, also dem mexikanischen Fest da. Genau, kann es sich beschreiben. Das hier links sind wir. Und wir sollen halt hier 4 roten. Genau, hier sind wir schon abknallen. Gucken wir mal, ob mir normalen Manni nachher noch über den Weg läuft. Der hat mich schon im Tutorial gehörig genervt. So, kleiner Schluck auf, tut mir leid. Jetzt geht's aber wieder. Ja, okay, also das ist meine Arschrakete. Heißt wirklich so, das habe ich nicht erfunden. So, jetzt laufen wir mal das. Oh, oh, nein, das ist ein Propeller. Lieber nicht. So, was ist das da für einer? Na, geil. Okay, gut. Achtung, Abgrund. Mhm, das habe ich jetzt gemerkt. Noch keinen Schuss abgegeben, aber schon mal verweckt. Hervorragend. Na gut, also, loslaufen. Wir gehen darum. Sicher, sicher. Spritten kann man hier leider nicht, das ist ein bisschen schade. Normal Manni, eins auf die Rübe. Arrk, wo ist denn der? Hilfe. Oh, der ist schon halb. Wo ist Wittgen? Nein. Arrk, ich hasse sowas. Wenn meine Waffe laden muss und da kommt sowas her. Komm, jetzt ist ins Haus rein. Das ist natürlich doof. Öh, Russell. Wo sind die denn? Hallo. Da unten. Hier ist nochmal ein Postraum. Ich komme runter. Ist ja schon futsch, nein, ist er noch nicht. Halt, ey. Was war das jetzt wieder? Mhm. Das ist mir neu, also das kannte ich noch nicht. Das andere hätte ich kennen müssen, weil ich das auf YouTube schon gesehen habe. Aber das hier, ey. Alles gesund. Okay, wir legen los. Immer noch keinen erwischt. So, ich liebe dieses Gefliege hier mit dieser sogenannten Arsch-Rakete. Halt, mich schon wieder, Bostrom. Sag mal, wer... Wer macht denn hier dieses... Ah, ich hasse es. Wer macht denn hier dieses... Ja, Mann, ihr habt mich so sabotiert. Das habe ich mir bereits gedacht. Denn wenn man auf diesem roten Superschleim heißt, das ist, glaube ich, irgendwie so komisch, er rumläuft, dann ist man so verlangt, so dass man sich einfach nicht mehr bewegen kann. Das ist einfach so. Jetzt aber, Leute. Hallo. Ihr wolltet mich trotzdem nicht verkokelen, oder? Achso, falsche Taste. Ups, mein Fehler. Allora. So, ähm, da können wir dran verrecken. Dann gehen wir außen rum. Hoffentlich ist da nichts drin. In der Basis, was uns in die Luft jagt. Ich habe nämlich da so meine Bedenken. Okay, da ist nichts. Da ist normal Wittgenstein. Normal Wittgenstein wird jetzt demoliert. Wir müssen warten, bis die Waffe wieder geht. Jetzt ist nur noch Klein-Wittgenstein. Jawohl. Wittgenstein haben wir auseinandergenommen. So, halt. Wo wird hier geschossen? Nicht ohne mich. Oh, jetzt sind wir da runtergefallen. Okay, ist gut. So, Klein-Scher... Oh, nein, 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 nein. Ich sehe schon den Propeller. Da gehe ich gar nicht mehr erst rein. Nein, 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 nein. Schön sein lassen. Da ist Carnap. Wo ist denn... Da ist Charmers. Ich suche Normal Money. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Wobei, normal ist es vielleicht schon gar nicht mehr, wenn ich Glück habe. Wo ist Money? Wir sind jedenfalls in der roten Basis. Also, heißt, da ist einer. Alt, das ist Russell. Okay, egal. Den nehme ich auch. Auf geht's. Ei, ei, ei. Waffen nachladen, aber schnell. So. Ja, 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 ja. Das hetzt jetzt wohl gerne. Ach, wenn die so klein sind, dann können die einfach einer auf den Keks... Ja, einer auf den Keks gehen. Genau. Das war ein Riesenarm. Okay, weil er meinen geschrottet hat. Das heißt, wir haben einen winzigen Arm. Auch recht. Sieht man das? Oh, ja, wir haben rechts ein Miniaturärmchen. Das sucht aber wirklich seinesgleichen im Miniatur Wunderland. Also nochmal hier durch. Großkornab. Äh. Halt. Wer war das? Russell. Nicht schon wieder Russell. Halt. Das ist jetzt kaputt. Ark. Wir sind schon wieder im Glibber. Oh, je. Wo kam der denn jetzt her? Ernsthaft? Von hinten? Das ist ja mal fies. Ei, 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 ei. Also so schlecht war ich vorhin auch noch nicht. Ich habe schon eins gespielt. Also so ist nicht. Wieso bin ich jetzt so mies? Ich weiß gar nicht warum. Irgendwas mache ich falsch. Na gut, noch zwei Minuten. Äh. Ja. Was ist das? Da hing ein Arm in der Luft. Gehen wir mal da durch. Ich bin ja gar nicht. Halt. Ach, sag jetzt. Äh. Hallo? Kollege? Russell. Da hinten. Klein Bostrom. Wittgenstein. Bostrom haben wir zerlegt. Okay, das hört sich gut an. Wer ist da unten? Chermos. Der stört mich nicht. Kleinen Überblick mal verschaffen hier. Von hier oben schießt es sich bestimmt leichter. Genau in die Pflanze. Ich dachte schon, das wäre mal weg. Halt. Da ist wieder ein Wittgenark. Nein, 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 nein. Da muss man mal rauskommen. Nein. Oh je, oh je. Und dieses rote Glibberzeug. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das muss aus der Basis von denen kommen. Wo ist denn normal Bostrom? Ich hab mir wieder einen größeren Kopf. Ah, ich glaube gerade keiner. Jetzt kommt der von hinten. Wittgenstein. Der geht mir ein bisschen auf den Keks. Der hat mich schon zweimal kaputt gemacht. Arg. Ich geh mal links rum. Schauen wir uns hinterher. Oh je, oh je, oh je, oh je. Wittgenstein. Nicht schon wieder, Kollege. Wittgenstein. Ei, 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 ei. Ich hab Wittgenstein zusammen, aber das hört sich gut an. Manni wird mich auch wieder zerlegen, garantiert. Kann aber ganz schlecht ziehen. Das muss man sagen. Ach, ich hab mal mit. Nein, Manni ist schon helfen. Zermalm. Na dann. Dann bin ich zufrieden. Also dann läuft's gut. Was war da rechts? Nein, 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 nein. Da war ein Propeller. Gehen wir hier durch. Na, öpp. Ja, sag ich's noch. Klang. Wieder futsch. Sag mal. Was ist denn daran zu viel verlangt? Manchmal bin ich doch einfach zu blöd, mir sowas zu merken. Da rechts nicht mehr. Mir gehen nur noch links rum. So, 15 Sekunden noch. Ei, ei, ei. Halt. Da ist einer, den kann man nicht übersehen. Jetzt können wir nicht mehr nachladen. Okay, 5 Sekunden. Einmal noch. Der Riese da, genau. Ja, ich wollte verrecken nochmal. Hervorragend. Gut, wer hat gewonnen? Das ist jetzt die Frage. Rot oder Blau? Passt auf, was passiert. Ich weiß es schon. Okay, wir haben verloren. Aber das liegt an mir, denke ich. Boing. Weg ist die Birne. Okay. Erstes Spiel durch. Oje, oje. Fertig. Spiel fortsetzen. Ähm, ja, KI Morphys. Machen wir nochmal Spiel erstellen. Zweites können wir noch. Sechs Minuten, das geht immer gut. Überspringen können wir das, ihr kennt es jetzt schon. Sind wir nochmal blau? Ist auch recht. Dann kennen wir die Farbe schon. Wer sitzt rechts? Kanap, ernsthaft sieht das so komisch aus. Wo ist Manni? Haben wir ernsthaft? Hab ich Manni im Team? Ja, normal Manni. Hallo, normal Manni. Ach, cool. Da kann man jetzt. Ah, ha. Und, äh. Alles gesund bei dir da oben. Ich gehe mal hier hin. Nein, 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 nein. Und an der Basis von dem kann man ja. Kann man nicht? Kann man doch. Das ist ein Wittgenstein. Ich düse mal da rüber. Bevor sie mich hier gleich wieder mit irgendwelchem schleimigen roten Zeug zukleistern. So. Hier wollte ich hin. Genau. Gute Idee. Jetzt ist dort ein großes Skid. Groß, groß, Skid. Groß. Äh. Alles gesund? Mhm. Halt, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Hat er mich doch tatsächlich zermalt. Das muss meine Rübe hin. Halt, wer hat uns die Rübe geklaut? Frechheit sowas. Hallo Manni. Endlich mal bei mir. Muss ich nicht da. Und Samarix. Was ist das denn? Okay, der ist schon zermal. Nein, 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 nein. Ich sehe schon. Russell wurde zermal. Achso, der ist ja schon hin. Leute. Hier ist wieder diese Kammer. Kann man da auch dran vorbei? Nein, okay. Kann man nicht. Jetzt haben wir es auch getestet. Mhm. Ist recht. Also ihr seht schon, das Ganze ist eher auf Spaß aus, als auf Tod machen und okay, wir sind zu fett. Sind wir hier auch zu fett? Sind wir? Gut, dann halt nicht. Halt, wir sind da hinten. Scheiben, was haben wir mit erledigt? Russell? Ist der auch schon erledigt? Nein. Nein, 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 nein. Halt, hier sterbe ich nur wieder. Hier ist ein guter Platz. Ah, jetzt ist kein guter Platz. Nein. Leben wir noch? Hallo? Machen wir doch mal so eine interessante Blase hier. Was auch immer die... Jetzt ist keiner mehr da. Hä? Ich dachte, durch die Blase... Ey. Okay. Ihr ist gut. Ja. Alles in Ordnung. Mal gucken, ob ich da noch eine Facecam dazu kriege. Mal schauen. Denkt zwar eher nicht, aber... Hier ist klein... Uah, was ist das denn für ein Riese? Hallo? Ich meine, den driften besser, aber trotzdem... Jetzt hat er mich ausgelöscht. Hey, ich wollte ihn auslöschen, nicht mich riesen lassen. Ja gut, okay. Kein Wunder. Dagegen hat auch normal Wittgenstein keine Chance. Ey, jetzt ist der da schon wieder. Ah, jetzt ist er hin. Nein, das hört sich gut an. Hä? Wieso kommen wir... Der andere von uns kommt durch und wir nicht. Das ist ja mal wieder interessant. Oh Mann. Die Runde besteht echt nur aus... Verrecken, aufstehen, verrecken, aufstehen, verrecken, aufstehen. Kann man den da drüben eigentlich auch abschießen? Nein, kann man nicht. Schade. Rote Riesenfresse. Nein, nein, nein. Da geht's nicht lang. Das hab ich mir jetzt gemerkt. Auf geht's. Oh ja, da kommt schon wieder ein Riesen-Kerl. Der zermalt mich jetzt eh hundertprozentig. Ja, ja. Ist jetzt ein Witz. Wie kommt der von oben? Damit konnte ich ja jetzt wohl überhaupt nicht rechnen. Ja, ja. Da guckt er mich auch noch fies an. Mann, 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 Mann. Ist doch echt zum... Äh. Hä? Hä? Was ist das denn jetzt interessant? Das ist hier. Drei. Geil. Postschirm. Nein, nicht schon wieder mit dem roten Zeug. Arkt. Da krieg ich einen Anfall. Ja, Klong. Danke. Jetzt wollte ich von Ihnen nicht gemördert und hab mich selber. Oh Mann. Äh. Das wieder so typisch Fini. Und jetzt wo... Wo ist meine Rübe wieder hier? Jetzt haben wir wieder keine Rübe. Äh, da kriegt man doch... Ah, da, 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 da. Nix. Nix gibt's. Nein, 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 nein. Na, komm, zu zweit. Wisst ihr? Das kann ich auch. In dem Moment, wo ich eh drück, bin ich weg. Okay, er hat mich diesmal zerteilt. Jedesmal auf eine andere Art verrecken. Auch gut. Jetzt wird mich mal eins noch interessieren. Und da geht er genau nicht mehr hin. Halt, 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 halt. Was macht der da hinten eigentlich Interessantes? Jawohl. Mal wieder einen erledigt. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Mal hier hin. Ja, 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 da ist der Charme aus. Was mich jetzt mal interessieren würde, können wir da dran sterben? Würde mich wundern, weil das nämlich unsere Basis ist. Eigentlich können wir da dran ja nur... Nein! Ach, knapp daneben. Da unten ist kleines geht. Ich kann grad nicht schießen. Nein, ich will da nicht runter. Ach, nicht schon wieder so ein Riese. Die kleinen, die riesen, das sind die fiesesten. Kommen wir da hoch? Nein, natürlich nicht. Kommen wir jetzt hoch? Ja, wir kommen schon mal bis zur Glocke. Okay. Hört sich gut an. Kommt da einer? Nein, da kommt gerade keiner. Schade. Ballern mal auf alles, was unter uns ist. Prophylaktisch gesehen. Okay, immer noch keiner da. Interessant. Gehen wir mal den ihre... Da, da ist er. Jawohl. Schauen wir mal, es ist erledigt. Kollege, ich komme um die Ecke gebogen. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder in so ein... Äh, winzig Boston. Da kriegt man doch einen Krampf. Wenn die kleinen kommen... Äh. Ach Gottchen, ei, 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 wo bin ich denn jetzt gelandet? Äh, ja. Ach, Zeit ist rum. Ich dachte doch gerade, wo bin ich gelandet? Wer ist diesmal kaputt? Wieder wer. Das darf doch nicht wahr sein. Zweimal gespielt, zweimal verloren. Rücks. Jawohl. Und wiedersehen. Okay. Ich würde sagen, reicht für die Folge. Mal gucken, ob wir nochmal eine machen. Vielleicht spielen wir auch noch ein Online-Match. Aber ich finde, mir macht Spaß. Und deswegen, da kommt definitiv noch einen dazu. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, das sage ich. Tschö, tschö. Tschö, tschö.